Ich möchte dir einfach hier an die Hand geben, dass du dir das auswählen kannst, in welche Richtung du dich entwickeln kannst. Das liegt ja in deiner Hand, in welche Richtung du steuern möchtest. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hof-Team. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen! In dieser Folge möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen zum Thema Geld verdienen mit Kühen. Ich zeige dir vier Kuh-Einkommen-Typen, die dir helfen, dich da einzusortieren und ja auch ein Gefühl zu kriegen für die Möglichkeiten, wie man mit Kühen Geld verdienen kann, beziehungsweise in welchen Richtungen man da denken kann. Zunächst möchte ich einmal auf das Thema im Allgemeinen eingehen. Das Geldthema, das ist ja so ein bisschen Tabuthema. Über Geld spricht man nicht, heißt es ja so oft. Und ich finde das eigentlich ziemlich schade, denn ich denke, das schränkt ganz schön ein, weil es einfach ja wichtig ist, um Sachen umzusetzen. Also wenn du Geld hast, dann kannst du einiges machen. Ich sage immer, Geld ist ein Gutschein auf die Arbeit anderer. So. Das ist natürlich gut, wenn man damit, ja damit auch mit Berufskollegen darüber sprechen kann und da irgendwie weiterkommt. Das Problem ist natürlich, dass da so eine gewisse Hemmschwelle ist. Das verstehe ich auch. Mir geht das nicht anders. Ich habe da auch eine gewisse Hemmschwelle. Doch wenn man sich mal in andere Kulturkreise begibt und da umguckt, zum Beispiel in Amerika oder so, wenn da jemand zeigt, dass er es zu Geld gebracht hat, dann zeigen die Leute einen Daumen hoch, wenn die mit dem Porsche vorbeifahren. Hier in Deutschland passiert das nicht so schnell. Und deswegen denke ich, da kann man sich so ein bisschen was von den Amerikanern ruhig abgucken, dass man sich da auch ein bisschen traut, über Geld zu sprechen. Wir hatten jetzt im Club der alten Kühe auch einige Diskussionen über Pachtpreise und wie man so Pachtland auch akquirieren kann. Das war auch sehr spannend. Und da habe ich mal wieder gemerkt, dass es im Club tatsächlich so ist, dass diese Nachbarschaftsstarre, wie ich sie nenne, wegfällt. Dadurch, dass einfach die Clubmitglieder sich online zuschalten und aus den verschiedensten Ecken, aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommen, ist da eine sehr viel offenere Diskussion auch über Geldthemen. Nun möchte ich dir die vier Kuh-Einkommenstypen vorstellen. Und der Gedanke, der mich dabei geleitet hat, ist, wie kann man nun eigentlich mehr Einkommen mit Kühen entstehen lassen? Also wie kann man das hinkriegen? Und da bin ich auf vier Typen gekommen, die ich dir einmal vorstellen werde. Typ Nummer eins ist der Milchtyp. Der Milchtyp konzentriert sich darauf, effizient zu wirtschaften. Für ihn ist es wichtig, über die Rohmilch sein Einkommen zu machen, einen Großteil seines Einkommens. Und für ihn sind solche Werte wie zum Beispiel Kilogramm pro Lebenstag ein wichtiges Zeichen für die Effizienz des Betriebes. Also das, denke ich, ist tatsächlich eine sehr wichtige Kenngröße. Und da gibt es so zwei Strömungen. Eine Strömung, die sagt, ja, viel Kilogramm Milch und wenig Lebenstage, da kann man eine hohe Kilogramm pro Lebenstag erreichen. Und die andere Strömung, mit der kann man das Gleiche erreichen, ist, dass man eine eher moderate Milchleistung hat und mit älteren Kühen arbeitet. Man kann also die gleiche Ziffer raushaben, Kilogramm pro Lebenstag, mit beiden Strömungen. Und da ist jeder selber gefragt, welche Strömung für ihn da die interessantere ist. Ja, ich sympathisiere sehr stark mit eher moderater Leistung und mit älteren Kühen. Also, dass man dann, ja, dass sich einfach die Aufzucht in der ganzen Rechnung relativ klein hält, sozusagen. Das ist aber Geschmackssache. Der zweite Typ ist der Zuchttyp. Für ihn sind die Zuchtwerte und auch, ja, Namen, ein guter Name in der Züchterzähne sehr wichtig. Denn er bekommt auch noch Einkommen durch Zuchtviehverkauf. So, indem er da, ja, Fersen verkauft oder auch Kälber, die, ja, hohes genetisches Potenzial haben und dadurch noch mehr Einkommen durch seine Milchkühe erzielt. Der dritte Typ, das ist der, ja, der Veredelungstyp. Der geht so wie Henry Ford das mal sagte, ich möchte möglichst viele Teile vom Auto selber bauen. Ob das der Reifen ist und die Glasscheibe, der geht halt ganz stark da rein, eine hohe, ja, eine hohe Veredelung hinzukriegen, indem er möglichst viel von der Produktionskette selber macht. Und da ist es ja vor allen Dingen interessant, am hinteren Ende der Kette zu sein, für die Milchkuhhalter, also dort, wo es an den Endkunden geht und sozusagen direkt zu verkaufen. Der Veredelungstyp ist eine hohe Marge wichtig und auch eine starke Marke und ein möglichst direkter Kundenkontakt. So, und da kann er dann halt mehr Einkommen erzielen. Der vierte Typ ist der Förderungstyp. Der Förderungstyp, der fördert seine Milchkühe oder sein Einkommen durch die Milchkühe, kriegt der nicht direkt mit der Kuh, sondern irgendwie auch noch indirekt. Zum Beispiel, indem er eine seltene Rasse erhält und dadurch Förderung kassiert. Oder er fördert durch die Kühe seinen anderen Produktionszweig, wie zum Beispiel Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, also die Besucher, die kommen, weil da Kühe sind. Die wollen eine Kalbung sehen und mitkriegen und dann ist das das Highlight schlechthin. Ja, so, das ist dieser Förderungstyp. Der nutzt seine Kühe zum Beispiel, um Erlebnisse zu verkaufen letztendlich. Dieses Ferien auf dem Bauernhof. Aber es kann halt auch sein, dass es irgendwelche Förderprogramme gibt, dass eine seltene Rasse erhalten wird. Da kann man ganz kreativ sein, wie das wohl geht. Oder irgendwelche Kuh-Kuschelkurse für gestresste Manager oder was weiß ich. Ein Bauernhofcafé, wo man über den Stall gucken kann, durch eine Glaswand oder beim Melken zugucken kann. Das wären auch so Sachen, wo ich sage, da kommt halt nochmal dadurch, dass da Kühe sind in einem anderen Bereich Geld rein. Da hängt das so mit Förderung, mit Quervernetzung zusammen, dass die Kühe so quasi auch ihr Geld verdienen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das zu beliebig zu mischen. Dass man da mehrere Typen verfolgt, dass du mehrere Typen verfolgst. Ich möchte dir einfach hier an die Hand geben, dass du dir das auswählen kannst, in welche Richtung du dich entwickeln kannst. Das liegt ja in deiner Hand, in welche Richtung du steuern möchtest. Und nicht jedem liegt die Zucht. Nicht jeder hat Lust auf dieses Komplexe in der Veredelung und sich da neu reinarbeiten. In Käseproduktion zum Beispiel und da eine Molkerei aufzubauen. Das sind ja neue Dinge, wo man sich erstmal herantasten muss. Was sich aber langfristig ja durchaus lohnen kann und was ja auch viele Betriebe vormachen. Und dann gibt es halt diesen Effizienz-Typ, der jetzt erstmal so das ist, was die meisten, glaube ich, vor Augen haben. Aber auch dieser Förderungstyp ist nicht zu unterschätzen. Und ich setze auch darauf, dass das wichtiger wird. Also seltene Rassen erhalten ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Und auch Erlebnisse lassen sich durchaus gut verkaufen. Denn Kühe sind einfach was Besonderes und es lohnt sich, das anderen zu zeigen und das zu verbinden. Bei Investitionen in der Landwirtschaft habe ich auch mal einen Podcast so gemacht. Ist schon etwas älter, werde ich hier verlinken. Kannst du unten in der Artikelbeschreibung sehen. Da habe ich nochmal so über meine, über so ein paar Investitionen, die bei mir gut geklappt haben und nicht gut geklappt haben, berichtet. Und da muss man halt einen Namen treffen. Da spielt immer die Frage rein, was kostet mir das, was bringt mir das? Was kostet mich das, was nützt es mir? So, und das ist so eine Waage und da muss man gucken, dass man da, dass das Nutzen, der Nutzen schwerer wiegt als die Kosten, damit man damit weiterkommt. Und gerade da ist so eine, ja, unabhängige Einschätzung von Berufskollegen oftmals Gold wert. Und genau das merke ich immer wieder, ist auch im Club der alten Kühe das Interessante, dass, ja, wenn du da Mitglied bist, die anderen Clubmitglieder, die anderen Kuhmenschen fragen kannst, hier, ich habe dies und jenes vor und denke darüber nach, gibt es da schon Erfahrungen, kann mal jemand berichten. Oh, jetzt habe ich mein Handy nicht ausgemacht. Meine Frage an dich, fehlt da noch ein Typ? Also von diesen vier Typen, der Milchtyp, der auf Effizienz Wert legt und, ja, eine hohe Kilogramm pro Lebenstag erreichen will, damit er Einkommen kriegt durch seine Kühe. Oder der Zuchttyp, der durch den Verkauf von Zuchtvieh noch Geld regeneriert, dann gibt es ja noch diesen Veredelungstyp, der ja vielleicht auch das Fleisch geschickt vermarktet und eine hohe Produktionstiefe hat und die Produktionskette möglichst weit bis zum Endkunden zieht, vielleicht noch eine starke Marke aufbaut oder den Förderungstyp, der durch seine Kühe ja einen Hofcafé attraktiv macht, eine seltene Rasse, ja, hochhält, dafür Förderung kassiert und solche Geschichten. Oder Almenförderung oder solche Sachen würde ich dann auch darunter zählen. So, fehlt da noch ein Typ? Dann melde dich gerne bei mir, christian.kuhverstand.de, das würde mich interessieren. Ja, wo ordnest du dich ein? In welche Richtung willst du dich weiterentwickeln? Schreib dir das auf. Wenn du deine Ziele aufschreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit weiterkommst, wesentlich größer. Ich hoffe, ich konnte dir einen Tipp, ja, einen Impuls geben, ein paar neue Gedanken mit dir teilen zum Thema Geld verdienen mit Kühen. Ich denke, wir sollten dem Geld verdienen mit Kühen nicht, also das nicht an allerhöchste Stelle hängen. Es ist sehr, sehr wichtig. Klar muss Geld verdient werden, damit wir das mit den Kühen machen können. Aber, ja, das Leben und Arbeiten mit Kühen ist mehr als reines Geld verdienen. Also es ist ein Job am Tier, am Leben, in diesem Spannungsfeld mit Tiertechnik, Mitarbeitern, höchst komplexe Sache. Und ich glaube, dass, ja, das eine wichtige Sache ist mit dem Geld verdienen, aber dass es auch gut ist, mal fünfe gerade sein zu lassen und mal zu sagen, macht wirtschaftlich keinen Sinn, aber an dem Tier halte ich noch weiter fest. Oder da mache ich noch mal, lege ich noch mal eine Schippe drauf und versuche, das Tier in die nächste Laktation zu kriegen. Ja, ist so meine persönliche Meinung. Ich denke, das macht auch eine gewisse Lebensqualität und so aus, wenn man auch sich das offen hält, in die Richtung zu denken, dass Geld verdienen wichtig ist, aber nicht dem alles untergeordnet werden muss. So, dass halt viele Sachen dazu gehören, denn man soll auch Freude am Job haben und wenn man es nur am Geld ausrichtet, könnte ich mir vorstellen, dass die Freude und die Motivation vielleicht auch mal ein bisschen abfällt. Das ist so mein Gefühl. Und nun noch zur Erinnerung, ich habe drei Links für dich unten in der Beschreibung, eine alte Podcast-Folge zum Thema Investitionen in der Landwirtschaft, wo ich von meinen eigenen Investitionsentscheidungen berichte. Dann hat Gusti Spötzel, der den Stallbau-Podcast macht, ein super Podcast zum Thema Kreditaufnahme für den Stallbau. Wie macht man das mit der Laufzeit und Zinsbindung? Ja, in welcher Höhe sollte man da rangehen? Da äußert er seine Gedanken, sehr, sehr wertvoller Podcast, den verlinke ich dir auch mal unten. Und dann, wenn du Lust hast, dich mit Kuhmenschen mehr auszutauschen, über den Tellerrand zu blicken, dann empfehle ich dir den Club der alten Kühe. Da kannst du dich für vormerken, unten in der Podcast-Beschreibung habe ich auch das verlinkt, wenn du dich da einträgst, bekommst du Bescheid, wenn die Club-Tore öffnen. Dann danke ich dir fürs Zuhören, hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben, dein Christian Völkler. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.